Willkommen meine lieben Manners zu einem kleinen Gameplay Video und zwar kann man seit kurzem bzw. seit heute auf den CTE-Servern die Map Zarezin spielen. Tut mir leid, falls ich jetzt falsch ausgesprochen habe. Und ja, in diesem Video wollte ich euch eigentlich einfach mal nur kurz die Map zeigen und ja, viel Spaß beim Video. Und ja, viel Spaß beim Video. Das war's für heute. Das ist ja so. We have lost objective apples. We have lost objective butter. 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 We have lost objective butter.